Alle Jahre wieder nehme ich mir vor, die Adventszeit ruhiger und besinnlicher zu gestalten. Und sie hat noch nicht einmal begonnen und ich weiß, ich werde es auch dieses Jahr nicht schaffen. Jeder Versuch zu entschleunigen verursacht an anderer Stelle nur mehr Stress. Aber vielleicht entspannt es ja, sich gar nicht so viele Gedanken darüber zu machen, wie stressig es gerade ist. Stattdessen kann man versuchen, jeden Moment bewusst zu erleben. Das Shoppen in der überfüllten Innenstadt genauso wie die Roratefeier um 6 Uhr in der Früh. Nach all dem Vorweihnachtsstress wird dann kein Moment schöner sein, als wenn die Geschenke unterm Christbaum liegen und nichts mehr zu tun bleibt, außer gemeinsam zu essen, zu singen, sich zu freuen und in die Christmette zu gehen. Dann ist endlich Weihnachten. Und darauf freue ich mich schon jetzt. Musik Musik Musik